Das ist die erste Mannschaft des Berliner Rugby-Clubs. Wir bereiten uns hier gerade auf die Rückrunde der Bundesliga Nord vor. Wir sind aus Charlottenburg und uns gibt es inzwischen seit fast 100 Jahren. Wir wurden für den Amateursportpreis nominiert, da wir zurzeit die beste Rugby-Mannschaft in Berlin sind. Wir sind zurzeit Zweiter in der Bundesliga Nord, zudem amtierender deutscher Meister der U18. Das Herz unseres Vereins ist und bleibt weiterhin unsere Jugendarbeit. Deshalb würden wir das Preisgeld vor allem in unsere Jugend investieren. Also wählt uns, wir stehen für Rugby, wir stehen für Berlin, wir stehen für die Werte des Amateursports. BRT!